Bei mir zu Gast ist Bernd Schneider, er ist Vorstand von Netzing Solutions. Ihr baut hauptsächlich Solaranlagen. Nun bist du in einem Alter, du müsstest doch eigentlich theoretisch nicht mehr arbeiten. Das Entscheidende ist eigentlich nicht, dass mehr arbeiten, sondern das Entscheidende ist, dass man was bewegt mit seiner Arbeit. Ich sehe es als wichtig an, dass man anderen Leuten ein bisschen Mehrwert fürs Leben gibt. Das ist das, wo ich aktiv jetzt bin, um den Leuten zu zeigen, guck mal, wenn du es so machst, passiert das, wenn du es so machst, passiert das. Und an der Stelle würde ich es kaum erst machen, weil es dann keinen Sinn macht. Ich habe über die vielen, vielen Jahre, die ich ja nun schon auf dieser Erde bin, jede Menge Erfahrungen sammeln können und die will ich eigentlich weitergeben. Ich erlebe sehr oft Sachen, wo jemand was machen will, was aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Die Jungen kann manches nicht wissen und wir haben das Wissen. Das Entscheidende ist, dass man nicht blind hinter allen Sachen herläuft und auch mal den Rat von vielleicht Älteren, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen, einholt. Und das denke ich, ist das A und O. Also man sollte schon dankbar sein, wenn man ältere Leute in der Umgebung hat und man die fragen kann. Man sollte das auch nutzen, oder? Ja, auf alle Fälle, denn wir haben nicht das Ewige Leben und sollten nur noch einen ganzen Teil von unserem Wissen weiter tun. Ja, Wissenstransfer, gut für alle, für die Älteren und für die Jungen. Ich danke dir.